Ich rede so lange ein bisschen weiter. Wir fangen dann auch gleich direkt schon an. Wir werden das heute in einem durchziehen mit wenig, wenig Pausen. Aber es wird trotzdem sehr anstrengend und auch mal ein bisschen anders. So, Musik. Setz dich mal hier vorne auf deine Kante. Nimm die Hände an den Stuhl, zieh dich hier in die Länge. Dein Scheitel geht nach oben Richtung Decke. Und dann rollst du mal die Füße ab. Und bitte nicht irgendwann einsinken, sondern wir bleiben aufrecht. Den Bauch nach innen fließen lassen. Schultern tief. Vier. Drei. Zwei. Reißt die Schulter. Links beginnt. Doppelt den Fuß. Push. Up. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal marschiere rechts. Wir haben zwei Durchgänge. Die erste Seite ist alles rechts. Ellbogen ziehen nach hinten. Vier. Drei. Zwei. Arme gehen zur Decke. Weiter marschieren. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und dann stehst du auf. Hoch. 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 Ab. Hoch. Letztes Mal. Füße abrollen. Hände. Hände hier an den Stuhl. Und wieder dran denken. Aufrichten. Bauch einzugeln. Vier. Drei. Zwei. Nochmal Schulter greifen. Ab. Jetzt den Ellbogen. Zieh weit nach hinten. Vier. Drei. Zwei. Marschieren. Ellbogen gehen nach hinten. Vier. Drei. Zwei. Arme zur Decke. Hoch. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Und du stehst auf. Hoch. 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 Roll die Füße ab. Hände jetzt wieder an den Stuhl. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Die Schulter greißt wieder. Doppelt hier unten den Fuß tippen. Ellbogen. Und den langen Arm. Letzten vier. Vier. Drei. Zwei. Marschieren. Nimm die Arme zur Decke. Tapet. 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 Zwei. Zwei. Nach. Du stehst nochmal auf. Hoch. Hoch. Noch einmal. Mal, halte dich hier fest am Stuhl, öffne und schließe, öffne und schließe, aufrecht stehen, im Wechsel, schau mal der Arm, hoch, letzten vier, vier, drei, noch zwei, rechter Fuß beginnt, vor, vor, rück und rück, halte dich ruhig wieder hier fest, schön an der Kante vorne sitzen, vier, drei, zwei, beim nächsten Mal bleibt der rechte Fuß hier vorne stehen, du marschierst, deine rechte Schulter schwingt, ab, locker, komm, vier, drei, zwei, nach, halte dich wieder fest am Stuhl, nimm die Füße, rechts, links, pass aber auf, dass du hier nicht nach hinten kippst, aufrecht, ab, Arme seit, kreisen, 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 vier, drei, noch zwei, und der letzte, marschieren und die Beine mal öffnen, in die Grätsche kommen und dann wippst du hier mal gegen gleich, vier, drei, zwei, Achtung, rechter Arm beginnt, seit, 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 mach dich lang, ab, acht, sechs, vier, zwei, ein letztes Mal, Achtung, nur noch rechts, ab, ab, halte Akkent, neig dich seit, letzte, vier, Nach 2 Und bleib jetzt hier rechts geneigt Wippe mal links mit dem Fuß Halte an, der untere Arm hoch Ab Hoch Ab 4 3 2 Wipp dazu Ab, schneller Ab Ab 8 6 4 2 noch Letzter Und du löst Beide Füße wippen 4 3 2 Halte an Nimm die Arme über den Kopf Halte Kreise mal Richtung wechseln Aber jetzt nimm mal deinen ganzen Oberkörper mit Bauch ist fest Richtung wechseln 3 3 3 2 Und der letzte Löse Füße schließen Und jetzt nimmst du mal die Hände zusammen Linke Hand Oben Kleiner Finger Mit dem Daumen zusammen Und das legst du dir jetzt hier auf die Brust Und wenn wir jetzt den Oberkörper nach vorne ablegen Ist der Oberkörper gerade Sodass der kleine Finger und der Daumen immer den gleichen Abstand haben Wenn das passiert Bist du rund Aufrecht bleiben Schultern Hoch Ab Noch einmal Bauch einziehen Lange Rücken Hier hast du die Kontrolle Mit Daumen und kleinem Finger Lange Rücken Bauch fließt nach innen Noch 2 Arme Seite Schultern tief Drehen Ab Drehen Ab Drehen Aufrecht sitzen Die Brustwirbelsäule macht jetzt hier die Bewegung Hier unten der Bereich, der ist ganz stabil Drehen Halte an Lieb Lieb Aufrecht sitzen Wir sinken nicht zusammen Zieh dich nach oben Zieh dich nach oben Ab Ab Letzten 4 Noch 2 Löse Maschieren wir locker Änder den Stuhl Tipp. 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 Und Tipp. Vier. Drei. Zwei. Und ein letztes Mal. Und dann ist dein rechter Fuß vorne. Setz den rechten Fuß auf und den linken. Stehst auf und setz dich weg. Zieh dich lang. Und ab. Zieh dich lang. Und ab. Hop. Hop. Letzten vier. Bleib lang im Rücken. Drei. Zwei. Letztes Mal. Kleine Veränderung. Das vordere Bein geht in den Knee. Left. Arme Seite. Hop. Gut. Über die Körpermitte stabilisieren. Fünf Mal. Letzten vier. Drei. Zwei. Bleib beim nächsten Mal hier oben. Nimm die Hände zusammen. Dreh dich rechts. Mitte. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Setzen. Abrollen. Ab. Vier. Drei. Zwei. Im Wechsel nochmal vortippen. Tipp. 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 Und dann bleibt noch einmal dein rechter Fuß vorne. Links den Fuß aufsetzen. Rechts nur die Fußspitze. Achtung. Komm nach oben. Ab. Und ab. 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 Nur den großen Fuß. Zeh rechts aufstellen. Langsam ab. Stabilisieren. Fünfmal. Einmal. 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 Zwei. Und langsam absetzen. Achtung. Schau mal. Ab. 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 Zwei noch. Letzter. Und halt. Handflächen zum Boden. Schultern tief. Mach eine Acht. Mit dem rechten Bein. Vier. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Ab. Marschieren. 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 Hier eine Grätsche hinein. Vier. Drei. Zwei. Halte an. Nimm den geraden Oberkörper. Vor. Und hoch. Langsam nach vorne. Bauch einziehen. Lange Rücken. Vor. Hoch. Vor. Hoch. Jetzt pass auf. Nimm den rechten Arm mit. An. Längs. Bauch einziehen. Schultern von den Ohren weg. Viermal noch. Lang. Und rück. Nochmal. Lang. Und rück. Letzten beiden. Jede Seite letztes Mal. Beide Arme. Langsam. Up. Und up. Noch einmal. Lang. Und up. Lang. Und up. Lang. Und up. Lang. Und up. Letzten vier. Noch drei. Zwei noch. Beim nächsten Mal bleibst du hier vorne. Nimmst die Hände etwas enger zusammen und beginnst mal hier zu hacken. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Komm in die Uhr. Halte. Dreh dich rechts. Mitte. Links. Mitte. Vier. Drei. Zwei. Und ein letztes Mal. Hände ab. Roll dich auf. Es geht. Radaroberkörper vor. Und auf. Vor. Roll dich auf. Vor. Roll dich auf. Vor. Roll dich auf. Noch vier Mal. Noch drei. Letzten beiden. Bleib jetzt hier. Hände zusammen nehmen. Ellbogen nach außen. Bisschen tiefer als die Schultern. Schultern nach unten fließen lassen. Gib mal Druck. 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 Und zieh dabei deinen Bauchnabel nach innen ein. Und du denkst dran. Wir hängen nicht so. Wir sind aufgerichtet. Deswegen haben wir hier die Beine geöffnet. Dass wir uns gut stabilisieren können. Hier wachsen. Zur Dicke. Vier. Drei. Zwei. Jetzt hältst du den Druck und beginnst zu rütteln und zu schütteln. Körpermitte fest. Du sitzt fest auf deinem Stuhl. Komm nimm mal ganz langsam jetzt. Deine Arme nach oben dazu. So. Noch ein bisschen mehr. Und tief. Und nochmal. Bauch einziehen. Aufrecht sitzen. Tief. Schütteln. Drei. Zwei. Eins. Und du löst. Öffnest. Öffnest. Hüfte jetzt hier öffnen. Halte ich ruhig hier am Stuhl fest. An der Kante. Ab. Und schau mal. Wir haben eine kleine Veränderung. Ab. Ab. Und auch hier bitte. Nicht zusammensinken. Ab. Ab. Einer. Ab. Einer. Vier mal noch. Noch zwei. Roll die Füße ab. 4, 3, 2, heb das Knie. Aufrecht. 4, 3, 2, schau mal, linke Hand. Druck. Wechsel. Ab, ab, ab. Ich hoffe, euch ist ein bisschen warm. Man denkt, man sitzt nur so rum. Nein, nein. 4, 3, 2, Achtung. Rechtes Knie. 4, 3, 2, gegen Druck. 4, 3, 2, gegen Druck. 4, 3, 2, gegen Druck. Ab, 4 Pushes. Jede Seite noch ein letztes Mal. An den Wechsel. Abrollen. Nimm jetzt mal deine Arme mit. 4, 3, 2, und tipp mal nach vorne. Ab. Halte dich hier wieder am Stuhl fest. 4, 3, 2, lass den rechten Fuß vorne. Ferse aufsetzen. Die Arme zur Decke. Und ab. Noch einmal. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Und schau mal, nimm den Oberkörper hier nach vorne. Jetzt bleib hier vorne. Jetzt bleib hier vorne. Schieb dich tief. Hoch. Tief. Hoch. 4, 3, 2, und bleib hier unten. Federe. 4, 3, 2, und du löst. Rollst dich auf. Füße aufsetzen. Zweite Runde. Rolle ab. Ab. 4, 3, 2, schulterkreis. Links beginnt. Doppel. 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 4, 4, 3, 2, die Arme gehen zur Decke. Hoch. Aufrecht sitzen. Wachsen. Der Oberkörper wird länger und länger. Letzten zwei. Achtung. Steh auf. Und setz dich. Auf. Setz dich. Auf. Setzen. Auf. Setzen. Auf. Setzen. Hände an den Ball, wollte ich gerade sagen. An den Stuhl. Abrollen. 4, 3, 2, linke Schulter. Jetzt in den Ellbogen. 4, 3, 2, march. Auf links. March. Arme gehen zur Decke. Du bist immer noch ganz aufrecht. Auf deinem Stuhl. 4, 3, 2, steh auf. Hoch. 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 Ab. Ein letztes Mal. 4, 3, 2, linker Arm. Ab. Erstmal den Ellbogen. Langer Arm. Letzten. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Marschieren. Arme gehen zur Decke. Ab. 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 Noch vier Mal. Vier. Drei. Zwei. Du stehst auf. Hoch. 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 Letzter. Roll ab. Linker Fuß. Out, out, in, in. Öffnen. Schließen. Und wir werden nicht gemütlich aufrecht sitzen. Bauch nach innen. Die Arme. Ab. Ab. Ich weiß, dass du langsam die Kraft in der Körpermitte nachlässt. Weil wir alle gerne lümmeln. Bleib bitte weiter ganz stabil. Vier. Drei. Zwei. Marschieren. Vier. Drei. Zwei. Vor. Rück, rück. Links beginnt. Halt dich jetzt ruhig wieder mal kurz hier fest. Zieh dich dadurch nochmal noch so ein bisschen mehr in die Länge. Vier. Vier. Drei. Zwei. Achtung. Links. Bleib vorne. Marschieren weiter. Linke Schulter. Ab. Die letzten vier. Vier. Drei. Zwei. Marschieren in die Arme seit. Füße schließen. Füße links, rechts, links, rechts. Auf. Rechts, rechts, sitzen, bleiben. Arme kreisen dazu. Bitte nicht zu weit nach hinten legen. Hopp. Aufrecht, aufrecht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Komm, komm, komm. Noch ein bisschen geht. Drei. Zwei. Mashiach. Hände hier an den Stuhl. Und du öffnest in die Grätsche. Und wippst mal mit beiden Füßen. Seit. 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 Nimm auch nur ein, wenn das mit beiden nicht klappt. Seit. Noch nach links. Letzten vier. Vier. Drei. Zwei. Alter an. Neige dich zur Seite. Und wechseln. Seit neigen. Wechseln. Letzten vier. Und dann bleibst du auf deiner linken Seite. Rechte Arm. Darfst du mal hier das linke Bein ein, das linke Knie, das rechte Knie anheben. Halte an, untere Arm. Hoch. Und ab. Hoch. Und ab. Aufrecht. Bitte nicht nach unten einsinken. Brustraum tendenziell Richtung Decke ausrichten. Fünf. Vier. Adelante con la percussión. Drei. Zwei. Ein letzter. Jetzt das Knie dazu. Schneller. Hab. 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 Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Löse. Und den Wechsel hier. Abrollen. Vier. Drei. Zwei. Halte. An. Kreis nochmal hier. Sitz fest auf deinem Stuhl. Richtung Wechsel. Und jetzt. Nimm den Oberkörper mit dazu. Richtung Wechseln. Adelante con la percussión. Noch zweimal. Und der letzte. Nehmen wir mal die Hände hier zusammen. Als Gedächtnisstütze. Gerade Oberkörper geht nach vorne. Und hoch. Daumen, kleiner Finger. Der Abstand bleibt immer gleich. Kommt noch zwei. Und der letzte. Arme Seite. Achtung. Oberkörper dreht. Rechts beginnt. Setz dich aufrecht. Bringe dein Handtuch aus. Deine Wirbelsäule ist das Handtuch. Zur Decke wachsen. Vier. Drei. Zwei. Wenn es nach rechts geht. Lenkes Knie mit anheben. Adelante con la percussión. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Letzten vier. Vier. Drei. Achtung. Nicht nach hinten kippen. Zwei. Ich weiß, die Kraft lässt nach. Schließ die Füße. Abkommen. Vier. Drei. Zwei. Vor, vor, rück, rück, links beginnt. Vor. Jetzt tippen wir nur noch. Tipp. 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 Vier. Drei. Zwei. Linker Fuß bleibt vorne. Ganzen Fuß aufsetzen. Und auch rechts setzt du den Fuß auf. Stehst auf. Und setzt dich sanft wieder ab. Hoch. Und ab. Hoch. Bauch einziehen. Ganz stabil bleiben. Fünf. Ab. Vier. Ab. Letzten drei. Zwei nach. Nimm mal dein vorderes Knie. Heb es mit an. Die Arme zur Decke. Ist ein bisschen anders als vorhin. Da hatten wir die Arme seit. Das ist die etwas schwerere Variante jetzt hier. Hopp. Ab. Hoch. Und ab. Noch zwei. Ab. Bleib beim nächsten Mal. Hier oben. Nimm die Arme vor und dreh dich nach links. Drehen. Zurück. Drehen. Zurück. Stabile Körpermitte. Letzten vier. Vier. Drei. Ihr seht schon. Hilfe. Zwei. Ich bin sehr wackelig heute unterwegs. An der letzte. Setzen. Abrollen. Vier. Drei. Zwei. Tipp nach vorne. Tipp. 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 Vier. Drei. Zwei. Ach, ich habe vergessen zu sagen, wir haben gar keine Pausen. Erst zum Schluss. Habt ihr schon gemerkt, gell? Linker Fuß ist vorne, rechts aufstellen, links nur den großen Fuß C. Ausstehen. Und absitzen. Auf. Ab. 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 Die Beinkraft brauchen wir auch zur Stabilisierung. Bein. So, noch zwei. Und beim nächsten Mal auch hier. Nimm das Knie nach oben. Und ab. Hopp. Ab. Fünf. Noch vier. Letzten drei. Zwei. Bleib hier oben. Und jetzt hier mit dem Bein die liegende Acht. Nimm die Handflächen mal nach unten. Drei. Zwei. Na, nicht meine Seite. Komm nach unten. Wipp. Mit beiden Füßen. Armmarschier mal. Komm in die Grätsche. Halte an. Schieb dich mit langem Oberkörper vor. Komm zurück. Schieben. Röck. Schieben. Röck. Schiebe. Und röck. Linker Arm nimmst du dazu. Zur Decke. Und röck. Nochmal. Ab. Und ab. Ab. Und ab. Lass den Bauch weiter nach innen fließen. Beide Arme jetzt. Mach dich lang. 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 Noch zweimal. Und dieses Mal bleibst du unten. Nimmst die Hände wieder dichter zusammen. Und nimmst die Handflächen Richtung Boden. Und beginnst hier mal. Super. Waddeln. Schultern tief. Bauch einziehen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte an. Komm in die U-Halte. Ellbogen. Schulter eine Höhe. Dreh dich hier links. Mitte. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Letzten vier. Vier. Drei. Noch zwei. Ein letzter noch. Hände auf die Oberschenkel. Roll dich auf. Gerade Oberkörper. Vor. Aufrollen. Nochmal. Vor. Auf. Noch zweimal. Letztes Mal. Schließ die Füße. Handflächen zusammen. Druck. Druck. Und lösen. Zieh den Bauch nach innen. Und lass dich hier noch ein bisschen mehr nach oben wachsen. Noch ein bisschen mehr in Richtung Decke. Halte jetzt. Rüttle. Schüttle. Komm langsam mit den Armen nach oben. Die Schultern gehen aber tief. Nicht vergessen. Die gehen in die andere Richtung. Und langsam tief. Bauch einziehen. schütteln. Und? Noch einmal. Und ihr unten. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Eins, Hände an den Stuhl, abrollen. Vier, drei, zwei. Bist du noch aufrecht, dass der Bauch nach innen fließt, die Schultern tief. Links öffnen. Rechts öffnen. Links öffnen. Noch einmal. Ganz aufrecht bleiben hier, über die Hüfte arbeiten. Schau mal. Hopp. 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 Nicht nach hinten kippen, aufrecht sitzen. Letzten vier. Noch zwei. Achtung, abrollen. Kneelift links beginnt. Schau mal, die rechte Hand. Druck. Druck und ab. Druck und ab. Druck. Ab. Druck. Und ab. Hopp. Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Jetzt bleibst du hier, gibst den Gegendruck, nimmst den linken Arm zur Seite, Druck, Druck, Druck und ziehst dich hier nach hinten, Gegendruck, komm, ziehen, ziehen, fünf, vier, drei, zwei, Du bist aufgerichtet auf deinem Stuhl, wechselst die Seite, Druck, Druck, die Bewegung ist klein, schräge Bauchmuskulatur arbeitet, vier, drei, zwei, lese, marschier, ab, komm, zieh die Ellbogen damit, vier, Drei, zwei, steh ab, hoch, 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 letzten vier, vier, drei, zwei, und wir bleiben hier oben, nehmen unseren Stuhl, ich zeige es von der Seite, und setzen hier die Hände rechts und links auf, lange Rücken und nimmst den geraden Oberkörper nach vorne, zieh den Bauch ein, marschiere mal, auch einzühen, vier, drei, zwei und nur Tipps nach hinten, tipp und ran, Knie beugen, lang im Rücken bleiben, tipp, 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 fünf, vier, drei, Zwei, zwei, Achtung, jetzt kommt gleich noch eine Veränderung dazu, rechts hinter, links hinter ins Brett, rechts, links, rechts, links, klappt? Ich hoffe. Noch zweimal, langer Rücken, komm hier in ein Brett, Achtung, roll die Füße ab, 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 fünf, vier, drei, zwei, Der letzte, dieses Mal tippst du mit links zuerst, ran, tippen, 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 tippen So, beim nächsten Mal, das andere Bein dazu, links, rechts, rück, rück, links, rechts, rück, rück, links, rechts, rück, rück. Noch zwei, letzter. Und dann kommen wir noch einmal hier in dieses Brett hinein und wir bleiben hier, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, fünf, vier, drei, zwei und der letzte, ran, roll ab. Hopp, hopp, vier, noch drei, zwei, noch, geht nochmal mit rechts nach hinten, tipp, 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 vier, drei, zwei, noch. Und Achtung, komm ins Brett, hinter, hinter, rück, rück. Noch zwei. Und dann komm in ein Brett hinein, bleib hier, zieh dein rechtes Knie ran, ran, ab, ran, ab, ab, ran, ab, vier, drei, zwei, Komm ran, ran, roll ab, ran, roll ab, ran, roll ab, hopp, vier, drei, zwei, noch. Links beginnt, tipp nach hinten. Mach mal langsam, ab, ab, brauchen wir gar nicht so schnell. Und Achtung, jetzt geht's nach hinten ins Brett, hinter, hinter, rück, 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 tipp, ab, zweimal. Und der letzte. Komm noch einmal hier nach hinten. Halte, stabilisieren, linkes Knie. Ran, 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 ran. Die letzten vier. Vier. Drei. Zwei noch. Und komm ran. Abrollen. Rechts beginnt, tipp, tipp, tipp. Jetzt sind wir wieder ein bisschen flotter. Und nochmal ins Brett. Tipp, 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 ran, ran, hopp. Noch zwei. Der letzte. Und Achtung, schieb dich jetzt nach hinten, bleibe hier. Zieh das rechte Knie ran und streck. Ran, streck. Jetzt wollen wir nicht so schnell jetzt hier. Noch ein, ziehen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein letzter. Ran. Roll ab. Noch eine Seite haben wir. Vier. Drei. Zwei. Links. Tipp. 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 Vier. Drei. Das ist die aktive Pause hier. Achtung jetzt. In's Brett. Hör mir rück. Rück. Ran. Ran. Rück. Rück. Ran. Ran. Rück. Rück. Ein letztes Mal. So, komm nach hinten. Linkes Knie. Ran. Strecken. Ran. Strecken. Ran. Strecken. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein letzter. Ran. Noch einmal abrollen. Vier. Drei. Zwei. Komm noch einmal ins Brett hinein. Bleibe hier. Noch einmal ein paar Liegestütze. Tief. Und hoch. Rück dich raus aus deinem Schultergürtel. Bauch. Einziehen. Hopp. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Ran. Und ran. Setz dich ab. Endlich sitzen. Wir bekommen die Musik gewechselt. Natürlich wollen wir auch hier unser Stretching mit und auf dem Stuhl machen. Du kannst mal deine Arme so ein bisschen auslockern. Warm dürfte es dir hoffentlich sein. So, Füße mal so hüftbreit öffnen. Nimm den Oberkörper nach vorne. Roll dich hier auf. Ganz sanft. Noch zweimal. Der letzte. Dann drehst du dich nach links. Nimmst du die rechte Hand hier an die Hüfte. Die andere Hand an den Stuhl und ziehst dich weit nach hinten. Und ein letztes Mal. So, wie es für dich angenehm ist. Dreh dich nach rechts. Greife hinten den Stuhl. Drehe dich noch ein bisschen weiter nach hinten. Komm zur Mitte. Linker Arm zur Decke. Leug dich rechts. Mitte. Und links. 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 Jede Seite noch einmal. Und links. Und links. Arme Seite. Linker Arm nach vorne. Und dann geht nur der Arm weit nach rechts. Sie handelt den Oberarm. Zieh dich aus der Schulter heraus. Hier rüber. Löse, rechte Hand zur Decke. Einatmen, ausatmen, genieße. Jede Seite noch einmal. Arme Seite, rechter Arm nach vorne und dann rüber nach links. Die Hand hier an den Oberarm aufrecht sitzen, aus der Schulter raus. Darfst du jetzt den Arm nach links ziehen. Und du löst, öffnest so ein bisschen die Beine, nimmst die rechte Hand hier nach unten auf den Boden. Öffnest dich mit dem linken Arm zur Decke. Und ab. Noch einmal, öffnen. Einmal noch. Beide Hände tief, roll dich einmal ganz rund hier auf. Und nimm dann die linke Hand nach unten. Öffne dich hier nach rechts oben zur Decke. Zwei nach unten, komm, zieh dich lang. Letztes Mal. Und dann roll dich. Wirbel für Wirbel für Wirbel. Auf. Schließ die Füße. Nimm dein rechtes Bein nach vorne, setz die Ferse auf. Einatmen und aus. Einatmen. Das machst du noch ein letztes Mal. Und kommst dann mit deinem Oberkörper nach vorne, nimmst die linke Hand hier auf den Oberschenkel. Möglichst gerader Oberkörper. Und wenn du kannst, darfst du hier so ein bisschen die Fußspätzen noch ranziehen. Aufrollen. Fuß aufsetzen. Eine Drehung hier. Seitlich zum Stuhl nach rechts. Linkes Bein ist hinten. Ganzen Fuß aufstellen. Halt dich hier ruhig rechts, äh, mit der rechten Hand am Stuhl fest. Schulter tief, Bauch einziehen. Schieb den Oberkörper nach vorne. Lösen. Den Ausfallschritt vergrößern. Die linke Hand aufsetzen. Den rechten Arm, der am Stuhl ist, nach oben zur Decke. Nimm die Hand wieder auf den Stuhl. Zieh das Bein ran. Roll dich auf. Und komm zurück in den Sitz hinein. Linkes Bein nach vorne. Atme ein. Und aus. Letzten Bein Mal. Einmal noch. Dann den Oberkörper nach vorne. Die rechten Arm, das den Oberschenkel. Gerade Oberkörper. Und zieh, wenn du kannst, so ein bisschen hier die Fußspitzen ran. Aufrollen. Fuß aufstellen. Die Drehung nach links. Rechtes Bein nach hinten. Ganzen Fuß hinten aufstellen. Schultern tief, nimm den Oberkörper vor. Löse Ausfallschritt vergrößern. Hand am Boden aufsetzen. Die Hand, die am Stuhl ist, geht nach oben zur Decke. Hand wieder aufsetzen. Ranziehen. Aufrollen. Komm zurück in den Sitz hinein. Und kreuz mal deinen linken Fuß über deinen rechten Knie. Jetzt legst du den Oberkörper nach vorne. Dich ab. Durch geht noch ein bisschen mehr. Schau dich auf. Füße aufstellen. Linke so auf die linke Schulter. Linke Hand hier mit ans Ohr. Rechter Arm fließt tief. Handrücken zur Decke. Und schiebe mal deinen Kopf in die Hand hinein. Lösen. Rechter Fuß kreuz. Über den linken Knie. Und nach vorne ablehnen. Füße parallel. Rechtes Ohr, rechte Schulter. Die Hand mit an den Kopf. Linke Arm. Zieh tief Handrücken zur Decke. Und jetzt schiebst du den Kopf in die Hand hinein. Löse. Und schieb mal deinen Kopf in die Hand. Kreise mal die Schultern. Über vorne nach oben, nach hinten, unten. Ganz sanft, ganz bewusst. Tief ein. Tief ausatmen. Und jetzt nimm die Arme zum Abschluss zur Decke. Reck und streck dich. Ganz sanft, träg. Bisschen nach außen. Noch ein bisschen mehr nach außen. Und langsam nach unten kommen. Und du löst. Das war's. So, jetzt könnt ihr die Mörderinstrumente wieder an den Esszimmertisch stellen. Oder wo auch immer ihr ihn her hattet. Ich wünsche euch erstmal ganz wunderbare Ostern. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr seid trotzdem ganz schön ins Schwitzen gekommen. Auch wenn wir nur rumgesessen haben. Wir sehen uns nach Ostern wieder. Bis dann. Nächste Woche ist das, gell? Tschüss. Tschüss.